Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses freundliche Rosennageldesign für euch. Alles was ihr dazu braucht sind weiß, zwei unterschiedliche Rosatöne, grün, einen schmalen Pinsel und einen Striper. Ich verlinke euch die verwendeten Produkte wieder unten in der Infobox. Dann kann es auch schon losgehen. Zunächst lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Unterlack und anschließend mit zwei Schichten von dem weißen Nagellack. Jetzt nehme ich den schmalen Pinsel und das dunklere Pink und setze mir oben an den Nagel eine Rosenblütenform. Und gegenüber auf der anderen Seite setze ich dann zwei von den Blüten. Und lasse zwischen den beiden Blüten eine Lücke. Mit dem helleren Pinkton setze ich jetzt immer zwischen die dunkleren Blüten eine weitere Rosenblüte und an die einzelne dunkle Blüte immer links und rechts zwei Rosen. Mit dem Striper und weiß setze ich jetzt in alle Rosenblüten das typische Rosenmuster. Damit das Ganze natürlicher aussieht, nehme ich jetzt nochmal das dunkle Pink und den Striper und setze in den dunklen Rosenblüten nochmal über die weißen Striche dunkle pinkfarbene Striche, damit das Weiß nicht so unnatürlich heraussticht. Ebenfalls mit dem Striper und mit Grün setze ich jetzt noch vereinzelte Blätter an die Rosenblüten. Auch hier nehme ich wieder weiß und setze einen Strich in die Mitte von jedem Blatt und gehe anschließend auch mit Grün da nochmal wieder ein bisschen rüber, damit es natürlicher aussieht. Zum Abschluss lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Überlack, damit das Nageldesign schön glänzt und länger hält. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus. Ich finde es richtig schön sommerlich und es macht wirklich gute Laune. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal!